Hallo zusammen, ja, nächste Programmvorschau am Start. Ja, geht mal wieder hier rüber und MyLäppchen ist da und noch vieles mehr. Alles anzuschauen bei VK, bei BitChute, bei Odyssee und bei Rumble, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen, entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!